hallo liebe leute herzlich willkommen zurück hier zu seven days to die mit den zwei bezaubernden mädels die queen nerdy dala und die zocker rübe hallöchen es ist heller lichter tag und wir wollten ja mal den in den hinterhof ja und ich muss noch mal eben was essen danach wir haben nämlich gerade haben wir das mit euch gemacht on screen ich habe gerade einen grill gebaut weil ich noch genug das hat das hatten wir glaube ich noch gemacht und jetzt haben wir uns ein bisschen mit fleisch gestärkt genau den jagdpart müssen leider zu viel peter und zocker übernehmen weil ich das nicht so geil finde hier die tiere zu erschießen so was kann ich nicht so gut es sind digitale tiere da waren eben nägel drin also für die nilgern wahrscheinlich nicht schlecht ich habe hier auch noch ein arrowhead und noch so ein kleines rohr gefunden holen hier kannst du wieder die ölfässer mitnehmen übrigens die ölfässer habe ich gelesen das dauert aber relativ lange auf die kannst du schießen wenn da eine gruppe zombies drum steht und dann gehen die in die luft und dann sterben alle zombies okay plan also es kommt darauf an welche waffe man hat wenn man eine gute waffe hat dann gehen die wohl schneller hoch als wenn man jetzt mit unseren pupsel waffeln da kannst du waffeln waffeln vor allem ich stell mir das gerade vor die zombie horde und wir schmeißen den so waffeln ja ich bringe mal gerade wieder rein ich habe noch wie per kitsch und hundefutter gefunden wenn wir jetzt gehen muss ich jede menge zeug mal eben abladen weil ich bin voll bis unter die lippe das ist aber auch voll bis unter die lippe ist alles voll was wir brauchen ist dicken stone was wir brauchen dicken stone also großen stone nicht den kleinen stone sondern dicken stone dicken stone ich muss jetzt leider da oben mal so ein bisschen zeug wieder reinpacken auch wenn das nicht so 100 prozent passt wir haben übrigens schon ich hoffe ihr habt ein rohr aufgehoben ich habe gerade noch zwei drei gefunden weil wir haben ja für unsere forge die wir ja bauen wollen wir haben ja schon drei fälle glaube ich ne ja oder waren es zwei drei meine ich ja wie viel brauchen wir denn dafür weiß ich nicht brauchen wir die large bones eigentlich nein wir brauchen wir brauchen dreimal stone ein rohr für den blasebalg an schade dass das hier nicht klappt dass der das hier so verlinkt an die einzelnen komponenten ja wir brauchen drei große stone und glaube ich fünf oder sechs kleine was denn steine ja aber wir brauchen wir brauchen für die forge brauchen wir zwei rohre eine für die forge und eins für den blasebalg und für den blasebalg brauchen wir rechnen zwölf fälle oder nee eins zwei drei vier 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 zehn elf doch zwölf also brauchen wir noch neun also ja hallo tiere jetzt muss ich glaube ich mal eben hier mit stein versorgen ich tue die rohre mal hier oben in die kiste die obere kiste ist natürlich jetzt hier total katastrophen durcheinander aber nun gut so ist das so ist das mit dem richten kann ich das schon machen steine her also wenn man große steine zerkloppt oder wo gibt sie ja ich glaube ja dann können wir das doch mal gleich hier in angriff nehmen forged iron brauchen wir dafür scheiße für was denn wir brauchen auf jeden fall eine forge ja 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 wo seid ihr gerade ich bin noch drin und lasst sollen wir mal scavengen gehen ein bisschen hier so in der nähe wenn wir das mal hier zu machen wer hat diese diese holz dinge der zwiebelpeter hat die woodlocks habe ich die mitgenommen das weiß ich nicht tatsächlich ich habe sie in meinem inventar das ist schön da ganz so zu machen dann komme ich zurück und noch so die türe was ist was ist das ein baum ich dachte das wäre hier okay alles klar ich verscheute mir kein bild mädels das war jetzt kein baum ok random das ist das eine war ein baum und das andere sah genauso groß aus und das war dann kein baum das muss ich jetzt nicht verstehen aber nun gut dieses summen von diesem schild ja das können wir das schild nicht kaputt hauen ja wahrscheinlich da wirst du ja bescheuert in der birne sushi sushi kann ich hier auf die fetten stones draufhauen es wäre aber geil wenn wir uns bald jeder eine fire axe machen könnten weil das ist so viel zeit ersparnis bei einem ja wir müssen die halt finden oder machen ja aber wir haben doch jetzt schon diese mold damit können wir die doch machen aber brauchen wir dafür ein schematic für die feier es gibt es kein mold nee aber für du brauchst dafür ja einfach nur ein iron ingot und dafür brauchen wir die forge ja genau ja oh ja für ein geländegängiger hier alles klar hier den können wir abkloppen um stone zu machen das braucht man nämlich für die forge wenn wir übrigens von schematics reden das sind dann pläne oder bücher die wir lesen müssen um bestimmte sachen fein zu schalten die wir dann kraften können das kann man nicht von vornherein direkt leider also bei den meisten sachen genau also man kann zum beispiel auch keine waffen zusammensetzen man findet zwar waffenteile aber man kann die nicht einfach zusammensetzen das geht nicht genau da muss man erst das buch finden das buch lesen genau alter was glaube ich mir an den steinen ast mein gott bleib doch kann er mir jetzt hier kaputt gehen ich droppe dir aber gleich mal den stein das ist ja dann sinnig wenn das nur einer sammelt sonst ja das wieder jeder dankeschön ich verzweifle hier gerade an diesem drecks höchsticht also mein ziel nummer eins ist ja fire axe und ziel nummer zwei ist ja auf jeden fall ja ist das denn crossbow ja crossbow fire axe der crossbow der den habe ich in einer testaufnahme den ihr da hattet der war ja schon ziemlich geil der war super geil vor allen dingen ist der präzise ich kann ja mit dem pfeil und bogen überhaupt nicht umgehen ich muss mal meine wenn ihr euch fragt was ich gerade mache meine stamina ein bisschen aufbauen meine ausdauer mit dem normalen fall und bogen musst du halt super viel schießen ich habe den hirsch ja ja mit einem schuss erledigt what the fuck ist los jetzt hier ja headshot ne wenn du headshot machst dann ist da auch tutti headshot genau bin ich mir nicht sicher ob es einer war ich bin ich hier schon acht kilometer von der behausung entfernt wir kloppen hier gerade fröhlich den stein macht mal die girls machen die ineinrichtung ist genau wir haben schon tag zwei um zehn acht morgens sehr schön das geht echt schnell um ja nach sieben wird der erst die erste fette hürde bis dahin müssen wir uns so richtig aufgepimpt haben ja kommt die ja das wusste ich nämlich auch nicht also ich bin ja wirklich so völlig unbedarft in das spiel gegangen bis man mir gesagt hat dass ab tag sieben eine riesengroße zombie herde auf einen wartet eine feral horde so heißen sozusagen genau und die sind wirklich sehr kacke mother fuck ich ja sehr pissig es ist unglaublich kloppy 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 habe ich jetzt schon dieses viech reingejagt es ist echt weiche stein weiche jetzt ist mein stamina schon wieder ja eine sehr spannende folge leute wir machen gleich wieder was anderes wenn ich diesen also dieses stück stein will ich jetzt aber noch eben raus brechen ich muss mal eben wieder reparieren das gibt es doch gar nicht ich krieg nur ein stück stein bevor ich meine stone axe wieder reparieren muss ohne gelaber ja bei mir geht es auch nicht anders ich muss die auch schon wieder reparieren ja das ist so geil oh hier ist ein zeltlager das ist gut für stoff fetzen da kannst du falls da keine zombies sind die zelte auseinander pflücken dann kriegst du stoff dann können wir uns jeder mal zumindest so ein bisschen chest armor head armor so ich habe jetzt keinen bock mehr ich job dir mal die steine die ich jetzt obwohl ich nehme es erst mal mit wenn du fertig bist dann doch hier sind leider sehr viele zombies okay habe ich eigentlich noch nackten a sterne ich habe keine buchs an ne das kannst du dir aber aus den fiber brands machen ja muss aber schön so muss aber nicht genau ich habe hier ein zombie am start boah jetzt mach doch den scheiß stein kaputt hier ich würde ungern mit dem kämpfen weil ich nichts mehr habe womit ich mich heilen kann muss ich sagen also von ich habe eine krankenschwester umgebolzt und die hat erst mal ein paar penkelas fallen gelassen kannst du mir mal gerade kurz hier die steine fallen das mache ich natürlich wie viele fälle hast du schon zwiebelchen der war gut ich habe nicht einen hirschen ich habe vielleicht ein mehrfach getroffen aber der ist leider nicht umgefallen ja wir tun hier noch mal ein bisschen holz wer ist denn das also ein zombie ach hier ist noch ein hirsch hirschi oh fuck kommt zu mir da hinten kommt ein zombie an kann der mal bitte unter dem baum rennen nee schade boah aus dem baum habe ich jetzt sechs woodlocks gekriegt der zombie kann doch nicht sein ich will den aber jetzt nicht plätten weil man kann übrigens von den bäumen erschlagen werden ja 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 kann man und ich bin gestunnt ich bin gestunnt vorsicht hinter dir ist irgendwo ist ein bisschen weiter weg noch der kommt ja nicht so ganz schnell ran fängt die ins knie man da ihr werdet sehen das wird eine glaube ich manchmal fekale aus büchse hier haben ja sehr ja also es ist einfach die entschuldigung da hinten kommt der zombie ich wollte nichts wichtiges sagen das ist einfach so die die wie sagt man dazu die die ja genau und ich habe gelesen dass menschen die viel fluchen meistens die ehrlicheren menschen sind echt ja das ist richtig also bin ich der ehrlichste mensch der welt das stimmt glaube ich wirklich also wenn ich das mal dann so revue passieren lasse die menschen die ich schon kennengelernt habe hier ist auch noch ein hirsch dann könnte das echt hinkommen okay ich sag mir hier noch ein bisschen baumwolle oh yeah baby fall fall sieben mutlos jetzt schon irgendwie klischees ne einer geht sammeln obwohl rübchen baum fällen ja ja na ich habe ja auch die dicken muckis ne ja ich habe jetzt schon 30 bootlocks das ist natus shabby ich muss mal wieder meine achse also ich freue mich schon so wenn das jetzt funktioniert hier hängt gerade ein kaninchen bei uns im im tor und spackt da quasi vor sich rum mal gucken vielleicht kräftig ist ja ja weiß ich habe kein stone mehr kann ja man das war alter geil ich habe keinen nickel warte ich kann dir welchen droppen wo bist du soll ich dir welchen droppen ja den kleinen stone ja moment ich splitte einfach mal das was ich habe und droppst dir also kannickel bringt zwei ja sehr cool ich höre hier zombie geschreie hatte als der zwiebitterste vorne alles ich bin ja ich bin der mit der hellen der hellen haut nur so schade dass man die pfeile nicht wieder wieder einsammeln kann so wie bei heinz ich bring mal mein wenn ich jetzt sage mein riechendes fleisch in die wohnung klingt das falsch aber ihr wisst was ich meine ja ja also bist du doch ein zombie du sollst doch nicht spoilern oh man es tut mir so leid oh hier ist noch ein hirsch bei mir ach nein geil mach ich ihn alle mach ich ihn kalt ja ich kann nicht ich habe keine pfeile also ich habe keinen bogen bisher du hast keinen bogen nee ich konzentriere mich jetzt erstmal nur aufs holz fällen hier okay damit wir genug holz haben nachher auch zum befeuern und so weil da braucht man recht recht viel für die für die forge meinst du ja ja für die forge und auch für den cooking grill und so ich lasse mir mal kurz eins von den kanickeln schmecken weil ich nämlich ein bisschen knast habe ja auch rein könnte auch katze gewesen sein lecker alf alf ist unter uns alf das war auch so geil die serie ne ich habe sie so geliebt ey alf ist so geil ich finde das so schade dass es den nicht mehr gibt das stimmt gordon chumway ja alf war echt mega alf war cool ja ja nightrider fand ich früher auch immer geil kennt ihr das noch ein mann und sein auto nightrider ganz schön fand ich schon immer schlecht das war der vorreiter für die apple watch mit seinem kit super pursuit note nee also ganz ehrlich ich fand den fand ich schon immer schlecht den fand ich mal voll geil foundation für recht und verfassung oder kennt ihr noch hart aber herzlich ja na selbstverständlich boah die zwei und der butler der war auch so geil maxi ist der ne max war der butler echt das war der hund ja max war der butler und der hund war wie hieß der denn nochmal weiß ich nicht aber max war der butler okay ja die waren auch super ne also echt ey gab echt oder hier denverklan und die ganze scheiße in der frühe gabel was ich früher was ich früher auch nicht schlecht fand war agentin mit herz ja oder er kennt ihr noch die sieben millionen donnerfrau und den sechs millionen dollar mann das habe ich nie verstanden warum die na gut ich meine die olle hat mehr braucht mehr geld als der kerl so ungefähr aber ja so völlig unlogisch äh da hinten kommt ein bloater angelaufen leute ich sag's mal oh fucking dead wer kommt wer ist du ein bloater ein bloater ja lass mal weg hier oh ich brauche hier ein paar neue den können wir doch nicht schnitzen ich habe nicht genug äh ne ich auch nicht äh genug zeug aber wir haben jetzt genug holz jetzt kommt es nur noch auf den zwiebelpeter an der halt genug ähm wussis Tiere und Fell mitbringt ja sollen wir denn noch ein bisschen scavengen gehen irgendwie die straße runter oder so ja können wir gerne machen wie spät haben wir denn 13 uhr ne das schaffen wir noch ein bisschen ja komm dann lass mal gehen bevor die nacht anfängt in der nacht können wir ja schön craften ohne ende jo lass mal hier die straße runter gehen hat einer von euch noch ein bisschen stein glaube ich brauche ich zur reparatur von meinem bogen oder ja ich habe ne da brauchst du sticks für ne ist schon okay für den bogen brauchst du sticks genau hat auch schon funktioniert ich muss dabei mal eben ganz kurz meine ex reparieren falls wir noch was sehen moment ich bin sofort äh das geht ja schnell alles klar und ich laufe euch hinterher so mal eben hier noch ein paar blümchen pflücken ey wie wird das erst wenn man im winter aufnimmt wie toll muss das sein wenn man im winter so ein spiel aufnimmt ja mega oder fuck da kommt ein zombie uns entgegen äh läuft dir hier die brühe beim zocken ja das ist echt also ich meine in jeder aufnahme session in den letzten zwei monaten was hier motherfucking heil diese zogen übrigens hat er dir das bein gebrochen ne ok alles klar die brechen einem nämlich schön schnell das bein gerne mal das bein ja die wichser kleine brecksäcke die wichser ja genau die wichser ey da hier ist öl drin ja nehm ich mal mit ja öl immer gut mitnehmen können wir gebrauchen was ist das jetzt schon wieder für ein diesiger scheiß hier mhm ist das bei euch auch so diesig ja naja kommen wir hier in nebelhöhle oh da seh ich aber Häuser da bilden sich Häuser gerade rechts glaube ich oh baby oder was ist das da spät irgendwas ich seh es noch nicht ja ich seh ein Fenster doch häuser 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 oh geil oh aber ganz fett oh geil ganz fett oh krankenhaus guck mal hier ist so ein kreuz ja hier ist ja ne richtige stadt krass ja ich geh mal eben hier zu dem auto kurz ey yo wir sind wieder am krankenhaus das wär natürlich auch ne geile base ne da könnten wir ganz oben im krankenhaus als kriegen wir den ganzen Scheiß nicht mehr oh da ist ein hund fuck da ist ein hund aber den muss ich ran triggern wir brauchen das fell leute kommt helft ihr mir ähm ja hast du den getriggert wo bist du noch nicht nein ups so das war jetzt aber nicht der Hund wie ihr uns hier erkennen könnt der ist hier hinten ich wollte gerade sagen hast du im Biologieunterricht aufgepasst das ist ein Schwein ich weiß der Hund ist irgendwo anders der Hund ist hier ich trigger den jetzt mal lauf hier hinter den Dings komm zurück guck mal hier ist so ein so ein Po-Möppel wo ist der oh die Sau ja geil fuck wo rennt die Sau hin wo ist der Hund die Sau rennt zum Hund fuck die Sau ist tot na Hund ist auch tot geil ey du bist so eine Maschine Alter ey wo ist die Sau die Sau ist hier hinten und ich muss mir glaube ich mal kurz ein Dings bauen oh Leute hier ist das Krankenhaus ey wir müssen in das Krankenhaus rein da kriegen wir dann wenigstens mal wieder genau Bandages und so ein Shit ich hab Bier ich hab acht Bier soll ich die mal splitten geil Party on ja Party on Dwayne Party on da sind auch Dicke nicht Dwayne Wayne also hier sind jetzt sehr viele Zombies ja aber ja vielleicht sollten wir erst mal da hinten in dieses kleine Haus gehen einmal kurz Vorsicht äh Mann bleib doch mal stehen ich will das gar nichts von hier oh pass auf hinter dir hinter dir au 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 der ist vom Dach gefallen spinnt der? oh fuck da kommt noch einer scheiße ja mal eben weg hier pass auf da liegt noch einer auf dem Boden der bricht dir die Beine ich hab schon wieder keine Pfeile mehr dang alright ich blute gerade aus habt ihr irgendwas? ja ich dropp dir eine Bandage hier wo? schnell schnell wo? hier 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 hast du? danke ah use danke ich darf hier oh nein aber irgendwie bin ich aber fast ich bin fast tot warte warte ich dropp dir Pankiller scheiße warte 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 ich hab auch noch einen take ja und dann nehm ich noch ne Bandage fuck emma ja der Dicke ist down du musst essen du musst essen hast du was zu essen? ähm ne hier nimm ich hab dir meine Lambbrations hier 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 du kannst das Kaninchen haben das hab ich dir irgendwo hingeschmissen ich hab ja aber roh essen nicht dass es sich dann noch vergiftet achso nein nein es ist gekocht es ist gekocht ähm bist du wieder am Start? äh Leute wir ähm ich weiß wo ist das wir müssen die Folge ist zu Ende und wollen wir nicht zuerst mal zurück und uns vielleicht die Dings bauen die Fortsporn weil die können wir glaube ich jetzt schon bauen wenn wir wenn ihr die großen Steine habt das wäre natürlich ja wir haben die großen Steine das wäre natürlich episch wir müssen uns besser ausgerüstet hier rein äh hauen also ich bin nicht sicher ich weiß leider nicht mehr wie viele Fälle wir jetzt schon zu Hause haben ich habe vier jetzt im Gepäck dann lass uns wenigstens noch einmal da hinten ist noch ein Hund du brauchst noch Pfeile ne? ja okay dann lass das eine Haus wenigstens mal genau dann lass uns den Hund noch mitnehmen aber das machen wir in der nächsten Folge weil die Folge ist nämlich hier zu Ende mit einem wunderbaren Blick auf den aufgehenden Mond äh ach ne das war Billys Hintern ja ich bin noch nackig ey ja aber hallo würde ich mal sagen vielen Dank fürs Zuschauen guckt auch beim nächsten Mal wieder mit rein das kann nur noch besser werden und in dem Fall wir sagen tschüss und danke und bis zum nächsten Mal tschüss jo mach dich tschaui 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 Untertitelung des ZDF, 2020